Heute gibt es den Ausblick auf das Spiel gegen Mainz 05. Ja, es ist so ein bisschen Tabellenkellergipfeltreffen. Naja, reden wir darüber nach der Berüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Reniko. Wie im Leben, wie im Leben. Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte mich an erster Stelle für den gestrigen Stream bedanken. Wir haben ja gestern so ein bisschen zusammen das Rhein-Durbel geguckt. Ich hätte es mir so oder so reingezogen, hatte euch gefragt, ob ihr das beim Livestream mit mir gucken wollt. Und es hatten sich dann doch einige gemeldet gehabt, die waren auch beim Stream dann am Start. Das hat mich sehr gefreut. Wie wisst ihr, ich komme aus der Ecke, ich wohne zwischen Köln und Leverkusen. Von daher hat es gestern ergeben. Ist aber natürlich nichts, was jetzt häufig vorkommt oder so. Es war einfach nur eine Ausnahme. Und ja, heute ist wieder voller Fokus auf Werder. Vor allen Dingen voller Fokus auf unseren nächsten Gegner, Mainz 05. Ich habe mal so ein paar Eckdaten gerade rausgesucht, die die einzigen sind, wo ich die Statistik interessant finde. Und das ist nämlich die Tabelle. Also das mal kurz zur Erklärung. Ich finde nicht Statistik interessant, wie wir die letzten 100 Jahre gegen Mainz gespielt haben. Ich finde interessant, wie Mainz aktuell drauf ist und wie wir aktuell drauf sind. Und das sollten wir vielleicht mehr in Betrag ziehen, als wir die letzten gefühlt 100 Jahre gegen Mainz waren. Also, Mainz hat aktuell 6 Punkte. Eine Torte auf jetzt von minus 13. Und ist auf dem 17. Tabellenplatz. Was heißt das für uns? Eigentlich nur eine Sache. Ganz, ganz klar Pflichtsieg. Absolut Pflichtsieg. Hier gibt es auch kein Unentschieden. Hier gibt es kein gar nichts. Hier gibt es einfach nur ein Wort. Und das ist Pflichtsieg. Gegen Mainz wirklich wieder wegen dem individuellen Fehler zu verlieren oder gar unentschieden zu spielen, wäre eine Tragödie. Sind wir ehrlich. Also, da gibt es auch gar nichts schönzureden. Ich will es vorab jetzt schon mal so hart sagen. Ich bin, ihr wisst, ich bin immer wieder neu motiviert. Gerade beim Livestream, Anfang des Streams auf dem Werder-Spiel. Ich habe richtig, richtig Bock. Wir werden auch wieder richtig Laune machen. Wir werden Vollgas geben. Aber genau das ist das, was wir auch von der Mannschaft erwarten. Vollgas geben auf dem Platz. Jetzt müsst ihr realisieren. Jetzt müsst ihr checken, dass wenn wir dieses Spiel verlieren, hat Mainz 9 Punkte, 2 Punkte hinter uns. Gleichzeitig könnte sowohl Köln, beziehungsweise könnte Köln uns wieder überholen, wenn die am Wochenende gewinnen. Und Bielefeld bei 10 Punkten auf 1 Punkt auf uns ranrücken. Dann wären wir mitten im Abschiedskampf. Also, je nachdem, wie die anderen Spiele in der Tabelle ausgehen, wenn wir nicht gewinnen, sind wir voll im Abschiedskampf mittendrin. Und das, da überwintern wir. Auch wenn die Winterpause kurz, da überwintern wir dann. Allein für das DFB-Pokal-Spiel, allein für uns Fans, die nicht ins Stadion können, die das Ganze vor dem Monitor mitverfolgen, die auch, egal ob bei mir im Stream oder in anderen Streams aktiv sind, diese Mannschaft verfolgen und pushen bis zu jedem nicht mehr, müsst ihr da draußen echt Vollgas geben. Wirklich uns zeigen, dass wir nicht einfach nur nonstop enttäuscht werden durch einen individuellen Fehler nach dem anderen, sondern dass wir jetzt begriffen haben, dass wir Punkte holen müssen. Spätestens jetzt. Lass uns jetzt nicht mehr über die Vergangenheit reden. Wir wollen jetzt sehen. Wir wollen jetzt was sehen. Wir wollen jetzt abliefern. Ich meine, wir haben 11 Punkte. Wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, und das müssen wir gewinnen, also eigentlich, die sollten, das ist schon ein Quatsch von mir, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Dann haben wir 14 Punkte und 18er Abstand auf Mainz. Also wir können gegen Mainz direkt zum Tabellen 17. 8 Punkte Abstand schaffen. Das muss doch ein Ziel sein. Das muss doch in den Köpfen drin sein. Ihr habt doch keinen Bock, wie letzte Saison so ein Krimi hinzulegen. Das ist ein so wichtiges Spiel. Das ist wirklich, also da blutet einem das Herz. Ich habe auch mit so vielen Leuten gesprochen jetzt in den letzten Tagen, die einfach nur noch frustriert sind. Und ich kann das auch vollkommen verstehen. Aber es bringt jetzt nichts, auf irgendwas rumzuhacken. Wir müssen dieses Spiel jetzt gewinnen. So, wir müssen dieses Spiel jetzt gewinnen. Und danach können wir immer noch ein Fazit ziehen, wie es bis zur Winterpause gelaufen ist. Jetzt gerade, es ist nur wichtig, was in diesem Spiel passiert. Und dann geht der Fokus auf Hannover und dem DFB-Pokal spielen. Ganz klar. Ja. Also, ich will mich gar nicht in so eine Wutrede oder sowas reinreden oder so Emotionale. Aber es ist halt so, dass, ja, wenn ich mal überlege, dass wir wirklich teilweise auch keinen schlechten Fußball spielen, dass uns eigentlich einfach nur was fehlt im Sinne von vorne. Wir brauchen mehr Torszenen. Wir brauchen, wir müssen gefährlicher werden vom Tor. Wir müssen aber auch mehr Szenen rausspielen, die zu einem Tor führen könnten. Genauso müssen wir gucken, dass hier, und das ist damit fängt, das steht und fällt ganz viel, keine individuellen Fehler mehr, die zu einem Tor führen und dann nicht wieder fokussiert genug sind, um wieder ranzukommen. Das darf nicht passieren. Also erstmal darf so ein individueller Fehler nicht passieren. Und wenn so einer passiert, dann darf das nicht sein, dass sie wegen so einem Fehler verlieren. Dann muss die Mannschaft nochmal 200% mehr geben. Absolut Vollgas, Volldampf. Und sagen, und jetzt, wir wollen nicht, dass über diesen Fehler gesprochen wird. Jetzt machen wir nochmal Richtattacke und versuchen da die Punkte zu holen, damit dieser Fehler vergessen wird. So. Da muss man Kampf, Leidenschaft und Bereitschaft zeigen. Und das will ich sehen. Das will ich einfach sehen. Ich werde auch langsam, ich weiß nicht. Ich muss auch ganz kurz noch einmal sagen, ich werde auch keine Aufstellung in diesem Video hier machen. Warum, warum werde ich keine Aufstellung machen, kann ich euch erklären. Wir haben eine englische Woche. Es kann sehr, sehr gut sein, dass auf den einen oder anderen Positionen mehr geschont wird, als auf den anderen. Es kann sehr, sehr gut sein, dass manche Spieler sich vielleicht platt fühlen. Das heißt, egal welche Aufstellung ich jetzt mache, ich würde niemals eine Aufstellung machen, die 100% genauso ist. Ich kann euch sagen, was ich mir als Fan, als Fan einfach wünsche. Ich bin auch kein, ich bin jetzt hier nicht der Experte oder sonst was. Es geht darum, dass ich als Fan, zu euch als Fan rede. Ihr wisst das. Ihr wisst, was ich meine. So. Ich wünsche mir einen Schmied in die Startelf. Ich wünsche mir einen Aru in die Startelf. Das sind Positionen. Damit fängt schon mal viel an. Ist so. Damit fängt schon mal viel an. Ich wünsche mir einen Ehrendinchi und einen Nankishi oder einen Nankashi auf die Bank. Um einfach nochmal frischen Wind reinzubringen. So. Das sind meine Wünsche. Was man damit anfängt oder was daraus wird, keine Ahnung. Aber das kann ich euch sagen. Das sind Sachen, die ich gerne sehen wollen würde. Ja. Wie gesagt. Wir hatten kein schwieriges Auftaktprogramm. Das muss man so sagen. Da gab es andere Vereine, die hatten es deutlich schlimmer. Wir hatten kein schwieriges Auftaktprogramm. Wir hatten jetzt harte Spiele hinter uns. Jetzt kommt ein Spiel, wo wir einfach auch wieder in der Favoritenrolle mal wieder sind. Und dieses Spiel auch gewinnen müssen. Danach geht es nochmal am 23. gegen Hannover. Und dann heißt es DFB-Pokal eine Runde weiter zu kommen. Und dann ist es wirklich nur anderthalb, zwei Wochen Pause. Bis die Saison wieder weiter geht. Und das für uns als Fans ist das sau geil. Aber für die Spieler, wie gesagt, der Fokus muss dann da sein. Der Fokus muss dann einfach da sein. Das alles andere macht keinen Sinn. Am 2. Januar geht es weiter. Überlegt euch mal. Am 2. Januar geht es weiter gegen Union Berlin. Das heißt, am 1. Januar werdet ihr auch die Spieler, die den Ausblick auf Berlin sehen. Und am 9. Januar spielen wir gegen den aktuellen Tabellenführer Bayer Leopold. Also wie gesagt, jetzt geht es erstmal um Mainz. Dann kommt Hannover. Natürlich wird es den Stream geben. Ist ja ganz klar. Also natürlich am Samstag auch wieder im Stream Action machen. Vollgas geben. Ist ja logisch. Wir werden aber je nachdem eventuell Freitag auch die Livestream 11 schon bauen. Warum, erkläre ich euch noch. Ich weiß es aber noch nicht. Es kann auch sein, dass ihr die trotzdem Samstag bauen. Ich werde euch da noch Bescheid sagen. Und jetzt ganz wichtig an die ganz, ganz treuen Leute. Ich habe gestern eure Nachrichten gelesen unter dem Video. Wirklich, wirklich vielen lieben Dank an alle Videovorschläge. Für die Leute, die nicht wissen, was gemeint ist. Es geht darum, ab dem 23. Also ab dem 24. Dezember bis zum 1. Januar. Ist so eine Art, ja, dadurch, dass Bremen halt in Pause ist, ist es so eine Art Videolücke. Und es geht darum, welche Videos wollt ihr da sehen. Ganz, ganz viele haben auch jetzt vorgeschlagen. Oder was ist ganz vieles? Es haben ein paar Leute vorgeschlagen, auch gestern im Stream, dass wir so eine Art Vlogs machen. Dass ich euch so mit durch den Alltag nehme. Und da auch immer wieder Werder mit einbaue. Ja, und vielleicht so eine Abwechslung schaffen zwischen Einblicke zu mir, zu alten Zeiten von Werder. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mir rein, ob ihr darauf überhaupt Bock hättet. Ob ihr vielleicht noch andere Videoideen hättet. Einfach rein damit. Wie gesagt, es ist keine lange Pause. Es geht wirklich nur um ein paar coole Ideen. Ich habe mir drei Sachen gestern schon aufgeschrieben, die ich spitze fangt. Und da müssen wir mal schauen, was wir daraus machen. Naja, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video spätestens. Und ja, Samstag werden wir absolut Vollgas geben. Bis dahin, euer Reniko und ciao.